Cyberport präsentiert den Staubsaugerroboter D-Bot Osmo 610 von Ecovacs. Nach der Arbeit oder an Wochenenden hat man Besseres vor, als die Wohnung zu putzen. Für mehr Freizeit und Sauberkeit reinigt und wischt der Osmo 610 eigenständig, auch wenn sie außer Haus sind. Die verschiedenen Verschmutzungen zu Hause stellen für den knapp 8 cm hohen Haushaltsroboter kein Problem dar. Mit Hilfe des integrierten Wassertanks werden Hartböden nicht nur vom Staub befreit, sondern anschließend auch gewischt. Ebenso reinigt er dank der Hauptbürste und anpassbarer Leistung Teppichböden. Der Roboter folgt einem gründlichen Reinigungsmuster, ohne dabei anzuecken. Sensoren schützen sowohl vor der Kollision mit Möbeln als auch vor dem Abstürzen bei Treppenstufen. Sollte die kleine Haushaltshilfe dennoch einmal ihre Einrichtung streifen, verhindert einen Stoßschutz auf beiden Seiten Kratzer und Schrammen. Je nach Verschmutzung wählen sie zwischen vier verschiedenen Reinigungsmodi. Neben der Automatik für eine Putzleistung in der gesamten Wohnung, kümmert sich der Roboter im Edge-Modus vor allem um Kanten und Wände. Zusätzlich sind bestimmte Bereiche der Wohnung mit dem Spot-Modus anwählbar und für hartnäckige Verschmutzung kann der Max-Modus aktiviert werden. Die Steuerung des D-Bot-Staubsaugers erfolgt über die EcoVax-App. Mit ihr können Sie nicht nur regelmäßige Reinigungszyklen planen, sondern auch von unterwegs aus den Roboter auf Staubfang schicken, sollte sich spontan Besuch ankündigen. Nach 110 Minuten geht dem Osmo 610 die Puste aus und er fährt automatisch zurück zur Ladestation, ehe er nach vier Stunden wieder durchstarten kann. Die kleine Staubsaug- und Wischhilfe für zu Hause. Der EcoVax D-Bot Osmo 610. Kampel des D-Bot Osmo 610. Mein Minimal-Modus Bailyn wird Kampel des Angebot und das Holzgedeck. езде Mitglieder D-Botung der Schmerz anwählen werden. bis тон 못 die Schmerz mit der Schmerz! Ich will auf den próxima Anarchyie reinlegen, Vielen Dank.